Ich war heute mal wieder auf Ebay unterwegs, gell? Ich war auf Ebay unterwegs und ich dachte einfach, so weißt du, mich hat es so brennend interessiert, so PS5, wie viel Leute für wie viel Geld eine PS5 verkaufen. Ja, 1000 Euro, dann habe ich dieses coole Angebot gefunden, ja, Sony, Playstation 5, PS5, Disc Edition, im Titel schon so Disc Edition, ja, so PS5 für 560 Euro. I think my pick is pfeifing. Sie kaufen hier eine Sony Playstation 5 Disc Version, Original Karton in weiß. Sie bieten hier auf einen bereits geöffneten Karton, Karton ohne Inhalt. Und da dachte ich mir schon so, alter, was ein Scam, der Typ haut einen Karton für 500 Euro rein und es gibt bestimmt irgendwelche dummen Idioten da draußen, die sich so denken, oh, alter, geil, PS5 für 500 Euro kaufen das, gehen dann so am nächsten Tag in die Schule so, ey, yo, mach mal Dali, was geht, Alter, ich hab PS5 für 500 Euro gekauft. Die schon so, was, alter, nie im Leben. Ja, ja, ich zeig euch heute, kommt heute an. Er kommt nach Hause, Mama ist Paket schon da. Mama so, ja, ja, liegt da vorne so. Er kommt, hebt hoch, denkt sich, warum ist die Scheiße so leicht, öffnet und nichts ist drin. Äh, ja, Leute, was geht? Erst lesen, dann bieten. Digga, wie kann man so eklig sein? Real talk, ich kann mir nicht vorstellen, wer ein Kackkarton, ja, wirklich für 500 Euro kauft. Der Typ, der die Kacke kauft, ja, 51 Gebote. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen fetten Like freuen. Ich glaub, die Leute, die geboten haben, entweder er selber oder die checken nicht, dass das Ding einfach leer ist und dass da nichts drin ist. Der hat die Armen, die Armen, die können wahrscheinlich nicht mal Deutsch. Die so auch gute Geschenke für meinen Sohn zum Weihnachten. Da ich keine gescheite Überleitung hatte, kommt jetzt die Überleitung. Coole Videos, yeah. Es ist ein iPhone 10, next to it. This is a cat. Wenn die Frau nicht fliegen gelernt hat, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, man. This is a cat. And this is a faust. Das wär einfach so 1 zu 1. Ich bin halt auch so ein Typ. Manchmal, Digga, ich lauf halt einfach und du... Digga, laufen ist halt langweilig, man. Was willst du angucken? Bäume oder was? Dann holst du halt dein Handy raus und auf einmal... Schild. Was? Junge, ich wollte das auch mal ausprobieren. Mich hat es genauso aufs Maul gelegt. Puh, Alter. Das ist auch wieder so eine Kack-ASMR. Es gibt wirklich ASMR-Kanäle auf YouTube, die so ihre Viecher, ihre Hausviecher dazu zwingen, ohne Kacke zu essen und danach nehmen die das als ASMR-Video. Und dann kommt sowas dabei raus. Digga, jetzt eine Schelle ziehen, man. Hä? Hä? Junge, man fokussiert sich so voll auf das Kind und auf einmal fliegt der Fettsack da im Hintergrund rum. Digga, das ist einfach ein Wolf. Das ist kein Hund mehr. Junge, das ist einfach... Keine Ahnung, ne Giraffe. Wer hat zu Hause ne Giraffe, Junge? How to crack your kitchen one second. Step one, buy your Giraffe. Step two, give Giraffe something to eat and then crack... Küche.